Ja, Marco, der holt gleich mit seinem Modell hinaus. Grüne Modell, eine PIS S12. Der Frank kommt auf stolze 3,60 Meter Spannweite. Und das ist zum Beispiel ein Modell, was zulassungspflichtig ist. Und von den 30 Kilometern, das können wir mitgefahren, aber das können wir in den Eingriffen so weit. Oh, mein Gott. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.